Das heißt, was man cool sieht, ist der grüne Propeller. Atom ist gut. Jetzt kommt er wieder. Ich hoffe, dass wir noch nicht haben. Atom ist gut. Cool. Wenn ich so weitermache, fang ich auch zum Kotzen. Mein Mucki ist schon am Anflug. Schau geraden, schau geraden. Schau geraden. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Du, ich hab rote Positionslichter. Die sieht man aber nicht von oben. Hey! Du zack! Verbräst mir gleich die Kapuze von der Mütze, äh vom Potsdam. Der kleine Pinscher da. Der kleine Pinscher. Der kleine Pinscher. Das war jetzt klar. Der kleine Pinscher. Ja, aber wo es 3 Zoll oder auch wo es fliehen fährt. Aber es muss nicht. Man muss halt romant fliegen. Die müssen wir halt langsamer fliegen. Das ist das eigentlich für eine Rache. Das ist alles fies. Ich sage das alles. Ich sage das. Ich sage das. Vielen Dank.